Moin Moin! Update Nummer 14 für das jeden Monat Depot. Ja, im Vorfeld kann ich schon sagen, ich habe die Dividende gegenüber dem letzten Monat, aber auch gegenüber dem letzten Quartal steigern können. Ja, starten wir auch direkt. Ich habe hier in meinem Blog den Beitrag schon verfasst und ja, da sehen wir auch, dass ich von Cisco Systems 3,12 Euro erhalten habe in diesem Monat, also im April und im letzten Quartal, das war also Januar, das ist ja die Gruppe Januar, April und so weiter, da hatte ich 2,47 Euro erhalten. Das heißt also, in diesem Quartal schon 65 Cent mehr. So, Coca-Cola hatte ich 3,35 Euro erhalten. Im letzten Quartal hatte Coca-Cola nicht ausgeschüttet, weil sie ja im Dezember ausgeschüttet hat und nicht im Januar, deswegen waren sie nicht berücksichtigt worden im letzten Quartal. Deswegen hat auch hier keine Steigung, aber eine schöne Dividende von 3,35 Euro nehme ich gerne mit. So, dann zu einem meiner Top-Werten, das ist Altria Group. Da habe ich sage und schreibe 5,31 Euro erhalten. Im letzten Quartal waren es noch 1,54 Euro weniger, also 3,77 Euro. Also eine Steigung von knapp 40 Prozent, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, dann haben wir PepsiCo mit 3,02 Euro. Das macht knapp 63 Cent mehr als noch im letzten Quartal. Ja, dann kommen wir zum Wollmarkt. Das ist eine kleinere Position, also eine kleinere Dividendenrendite hat es, nur mit 2,22 Euro. Das macht 56 Cent mehr als im letzten Quartal. Dann ein neuer, neues Unternehmen, also neuer Dividendenausschütter in meinem Depot. Das ist Toronto Dominion Bank. Und zwar haben die zum ersten Mal ausgeschüttet 54 Cent. So, und insgesamt komme ich auf einen neuen Rekord. Das sind 17,56 Euro. Im letzten Quartal, da hatte ich noch 10,29 Euro erhalten, aber da muss man zu sagen, das waren auch ohne Coca-Cola. Normalerweise gehört ja Coca-Cola in diese Gruppe mit rein, aber die zahlen, wie gesagt, nicht im Januar, sondern im Dezember. Und deswegen musste ich sie damals rausnehmen. Deswegen ist auch so eine große Differenz vorhanden von knapp 70%, also über 7 Euro. Also ich freue mich auf jeden Fall. Das ist also, ich kratze so langsam an die 20 Euro. Das ist doch schon sehr erfreulich nach dem 14. Monat. Ja, also man kann sagen, ich habe über 7 Euro mehr Dividende erhalten als im letzten Quartal. Und, ich habe mir notiert, 3,59 Euro mehr gegenüber dem letzten Monat, also März. Also im März hatte ich ja noch, wo habe ich es 13,97 Euro erhalten. Und jetzt im April sind es ja 17,56 Euro, also über 3,50 Euro mehr. Das ist doch schon eine ordentliche Zahl, wie ich finde. Ja, schauen wir uns mal die Werte an beim Depot selbst. Also hier bin ich bei der Konsorsbank drinnen, bin ich schon eingeloggt. Und da sehen wir mal die Top und Flop von April. Da sehen wir, Microsoft hat am meisten an Wertzuwachs zugelegt. Das sind 58 Euro an Wertzuwachs. Ist jetzt halt nicht so wichtig, aber dennoch wollte ich es einmal erwähnen. Und Texas Instruments hat etwas zugelegt, dann McDonalds und Apple. Das waren also die, die am besten performt haben, die vier. Die am schnellsten performt haben, sind Altria, ganz schlecht. Dann IBM etwas, AT&T ganz leicht. Und halt Böhm, halt mit 76 Cent weniger zu, also weniger Wert. Ja, wichtiger sind halt die Ausschüttungen, die ich in April erhalten habe. Die habe ich ja schon erwähnt. Das sind hier die Top-Ausschüttungen gewesen. Da war ja Altria mit über 5 Euro. Die sind hier nicht aufgelistet. Dann kommt Coca-Cola mit 3,35 Euro. Cisco mit 3 Euro. PepsiCo mit 3 Euro. Und dann ganz weit hinten noch Walmart. So, ja, das waren die Ausschüttungen für April. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden. Das ist ein neuer Rekord mit über 17 Euro in diesem jeden Monat Dividendendepot. Vielleicht noch erwähnen. Ich habe im April auch Dominion Bank nachgekauft. Die Dividende von 25 Euro hatte ich ja schon Ende März beisammen, die 25 Euro. Und konnte daraufhin wieder zum vierten Mal jetzt meine Dividende reinvestieren. Ja, somit, ich habe mich für Dominion Bank entschieden. Ja, und ich muss dazu sagen, diese 25 Euro, wenn ich ja zusammen habe, dann investiere ich ja in das Unternehmen, also Toronto oder halt Boeing. Ja, und das wird immer, immer schneller zusammengespart. Jetzt waren es ja wieder 17 Euro zusätzlich. Das heißt also, im Mai kann ich wieder reinvestieren. Also, ich denke mal, das wird sich jetzt so einpendeln zwischen ein und zwei Monate. Ja, dann war es das für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö.